schön dass ihr da seid hallo wir gehen wieder in darksauce rein diesmal im offline modus und gucken mal ob er mir das spiel jetzt ohne online hilfen beziehungsweise nachrichten von anderen an startet okay er hat offensichtlich nicht meine lautstärke einstellung aha sind nicht ins team angemeldet start im offline modus mehr spieler ränge andere werden nicht verfügbar sein perfekt so fortfahren stand da gerade speichere speicherdaten er hat es ist wieder zu laut aus irgendeinem grund aber hier ist es eigentlich richtig eingestellt geht okay vielleicht habe ich auch einfach irgendwas komisches im kopf super ok also das intro haben wir hinter uns jetzt geht es einmal zurück weil ich hier oben noch einen durchgang gefunden habe ich hoffe ich komme hier irgendwie an der statue vorbei die ich vorhin noch gesehen habe hier geht es weiter ja okay hier geht es auch einfach weiter wer sitzt da vorne sitzt einer der sieht nach npc aus oder greifst du mich an hey wer bist du denn wollt ihr etwas von mir ja das frage ich mich auch okay er will dass ich die statue entferne er wundert sich auch nicht dass ich untot bin lebensstein und heimatknochen sehr gut warte mal warte mal du hast ganz schön viel leben ich glaube ich gehöre hier noch nicht hin steve grüß dich den musste ich zu oft prügeln für meinen geschmack da ist noch mal so einer drin diesmal mit einem mit einer großen giftigen axt oder sowas hast du deinen pc verschoben nee steve hier ist die statue im weg okay die tür will ich jetzt nicht öffnen ich habe das gefühl ich gehöre hier noch nicht hin hier ist hier aus. Da ist auch nix. Okay. Gucke ich nochmal nach da hinten? Schaue ich einfach nochmal rein? Was ist hier? Sieht so aus als... Ne, das ist einfach nur runterfallen. Ich gucke mir das jetzt da hinten nochmal kurz an. Waren hier Mobs? Ne. Jetzt sind wir wieder dazwischen. Hm. Hm. Na gut. Naja, da brauche ich mich jetzt nicht nochmal durchackern. Weil da war ich doch an jeder Ecke. Okay, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, dann geht's hier wohl noch nicht weiter für mich. Hm. Vielleicht ist ja Dark Souls 2 auch einfach ein wilder Fiebertraum von dem Hauptcharakter von Dark Souls 1. Mayula. Okay. Also den Boss haben wir auch noch nicht so richtig gesehen. Nur so einen etwas größeren Troll. Ähm. Reden wir mal mit dem Kollegen. Der hier so sitzt. Hi. Hi. Wer seid ihr? Ich bin Tassilo. Hallo. Just help me open this door. I packed my tools in here. Seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Okay. Ja, dann. Schauen wir doch mal, ob jemand unter den Kisten hier seinen Schlüssel versteckt hat. Nee? Nö. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Na, Fiebertraum nach Toxinvergiftung in Schandstadt. Jawohl. Die Kamera bewegt sich einen Ticken zu schnell. Kameraempfindlichkeit. Bisschen runterdrehen. Ah. Jetzt ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Ja, könnte passen. Hat hier irgendwo jemand den Schlüssel von dem Kollegen versteckt? Hey, wer bist du denn? Bist du der nächste Monarch? Oder nur ein Pferd von Feit? Behrer der Kurs. Ich bleibe bei deinem Seite. Bis diese frage Hoffnung schützt. Geh das mit dir. Ich kann es deinen Reise erinnern. Ich will nicht den König sehen. Er, der hat Drangleic gemacht, was er damals war. Er, der auf der Essenz der Seule sah. König Vendrin. Okay. Gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Ah, guckt mal an. Leveln. Hä? Ne, da nicht. Einen Flakon? Okay. Ich will leveln. Oh, da kann ich die Fackel anzünden. Aha. Okay. Reisen. Gegenstandskiste verbrennen. Also, ich mach mir jetzt mal einmal wieder... Mensch, verbrennen jetzt nicht möglich. Kann ich das benutzen? Benutzen. So, jetzt müsste ich ja Menschlichkeit zurück erhalten. Jawohl. Darf ich jetzt leveln vielleicht? Das ist ja so. Ne, darf ich nicht. Ähm, ich muss anscheinend hier den Estusflakon ausrüsten. Jawohl. Okay, passt. Okay. Ähm, schauen wir mal, was hier oben los ist. Hey, da sitzt ja noch einer. Meine Güte, ey. Könnt ihr euch nicht gegenseitig helfen? Ähm, ne, ich bin ziemlich... Okay. Was steht hier? Drei Tode weltweit. Ach, guck mal. Da kann ich das nachgucken, wie oft ich draufgegangen bin. Nice. Cool. Die Buchstaben sind bis zur Unkenntlichkeit zerschlissen. Ihr habt alle eure Problemchen, ne? Und ich muss euch allen jetzt hier helfen, oder wie? Hm, okay. Bin auf der Suche nach dem Schlüssel für den Schmied. Naja, er wird ein Schmied sein, so wie er aussieht. Aufsteigen durfte ich jetzt auch nicht. Blöderweise. Jetzt habe ich meine Menschlichkeit umsonst verschwendet. Naja. Was soll's. Da vorne sitzt noch einer? Ne, da ist Loot. Lebensstein. Jawohl. Wie viele davon kann ich haben? Okay. Es ist mir aktuell noch nicht so richtig offensichtlich, wo ich lang gehen soll. Mehr Loot. Heimatknochen. Fünf Stück. Jawohl. Was ist hier? Knien. Eid leisten. Ehr Stein geben. Dies wird euch auf einen beschwerlichen Weg leiten. Näh. Das will ich nicht. Also die ID im ersten Teil war noch nicht so relevant. Und wenn da jetzt steht, dass es ein beschwerlicher Weg wird. Boah, nee. Dann lieber erstmal nicht. Da gucken wir gleich runter. Ich schaue noch, was hier geht. Das hier sieht nach Shortcut aus, aber... Näh. Hey, wer bist du? Oh. Hallo. Willkommen zu meinem Shop. Ich bin Morlin. Und ich... Well, ich schaue Arme. Oh, sorry. Bitte, bitte, schau mal an meine Wäsche. Ich könnte wirklich das Geschäft nutzen. Wenn du so nett bist. Noch nicht, nee. Brauch ich noch nicht. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Nee, okay. Verschlossen. Hallo. Jemand zu Hause? Eine Katze. Was suchst du dort? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kannst du mir sagen, wie ich leveln kann? Kannst du mir sagen, wie ich leveln kann? Ja, die verkauften. Ja, die verkauften ein paar Ringe. Absorbiert Trefferpunkte von jedem besiegten Gegner. Den kennen wir schon. Den Ring des bösen Auges. Okay. Silberkatzenring. Verringert Fallschaden. Aha, cool. Von Feinden leichter entdeckt werden. Warum? Warum? Leichtere Verbindung zu Spielern mit dem... Mit selbem Gott. Was? Okay. Macht Stimmen von Gegner hörbar. Aha. Heimkehrknochen, Prismastein. Verströmt Licht und markiert den Weg. Lockt bestimmte Feindtypen an. Rändert Estos Wiederherstellung. Ja, okay. Das ist sehr ähnlich zum ersten Teil hier alles. Hast du den Schlüssel von dem Typen? Irgendwo hier versteckt? Nee? Na gut. Okay. Da hinten ums Eck war, haben wir noch nicht geguckt. Dann gucken wir mal eben dahin. Was ist hier noch so? Was seid ihr denn? Ach du Schande. Ihr kriegt ja gar keinen Schaden von mir. Ja, lass mal bleiben. Ich hab nicht das Gefühl, dass das das wert ist. Noch einmal zurück sind hier vielleicht der Schlüssel versteckt. Nee. Die kommen nicht hinterher. Sehr gut. Einmal ganz kurz, gute Lady. Es hieße, ich darf aufsteigen. Kannst du mir sagen, wie? Nö, sie sagt mir auch nicht, wie ich aufsteigen kann. Okay. Also hier am Leuchtfeuer ging's ja... Kann Leuchtfeuer nicht benutzen? Ah, wegen euch, oder was? Ey, ihr habt aber echt viel Leben, Jungs. Aua, und ihr macht ganz schön Schaden. Ja, ja, ich hab's schon mitgekriegt. Ey, 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 stopp, 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 stopp. Ja, dann mach ich euch jetzt platt. Ja, ich hab's schon mitgekriegt. Okay, warum auch immer ich jetzt dort nicht treffen konnte. Nee, 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 nee. Ich find's ganz cool, dass man die Lebenssteine in der Bewegung benutzen kann. Das gefällt mir sehr gut. Wie, mein... Was, bitte? Nee, hört mal kurz auf. Ich hab jetzt... Oh, jetzt ist das Schwert kaputt, ne? Hab ich den Dolch noch ausgerüstet? Nee. Shit. Ich muss mal ganz kurz ein paar Meter weg von euch... Ui, da unten geht's lang. Da guck ich auch gleich noch hin. Äh, und zwar... Nee, und zwar hier. Und dann bitte den Dolch. Danke. Jetzt muss ich mit diesem dämlichen Dolch hier rumrennen. So, jetzt noch mal kurz gucken. Nee, ich kann hier nicht. Okay, na gut. Hm, hm. Blöd. Da brennt ne Fackel. Ich bin auf dem richtigen Weg. 100 pro. Rostige Münze. Hm. Eigentlich würde ich ganz gerne... ...ne Waffe kaufen. Ah, da ist ein Hebel. Okay, den hab ich gar nicht gesehen. Mit leichten Gebrauchsspuren. Hi. Hi. Okay. Hm. So, der eine Kollege will... Wow, wow, okay. Ah, meine Güte. Dass ich das Tor öffne. Die Tür aufmache. Viel mehr Infos haben wir bisher nicht. Menschenbild. Danke. Will ich jetzt hier runterhüpfen und wahrscheinlich draufgehen. Weil ich nicht schwimmen kann. Nee, will ich nicht. Wald der gefallenen Riesen. Ja, du hast mir... ... ... Doch, auf jeden Fall. Würde ich empfehlen. Joghurt ist gut. Joghurt ist was Feines. Greifst du mich an? Willst du mich? Nö, du willst mich gar... Ich bin dir egal? Okay. Okay, die greifen mich gar nicht an, die dicken da. Anscheinend. Bis jetzt. Oh, 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 oh. Die sieht man so schlecht, die Boys, die hier unterwegs sind. Oh, 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 da kommt nochmal einer. Können die mal kurz nicht... Nee, 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 nee. Okay, also ich kann in der Animation schon mal nicht getroffen werden. Das ist sehr gut. Oh, Jungs. Kurzbogen, okay. Das sieht hier wieder so nach so einer Stelle aus, wie in Dark Souls 1, aber nee. Kein Geheimgang im ersten Moment. Ähm. Ja, genau das habe ich vermutet. Grüne Blüte. So, dann mal zum nächsten. Oh, der Dolch ist aber schon irgendwie cool. Das schnelle Zuhauen, das gefällt mir. Oh, okay. Ah, ah, da oben, oh was ist, oh Gott, uncool, den habe ich nur bemerkt, weil meine Sicht auf den, auf den nach oben gezogen hat, ja, läuft, Fußsoldatenschwert, nice, so, ich habe einen Bogen, Menschenbild, aua, Lebensstein, ja, steht hier mal alle auf hier, oh, 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 nein, 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 stopp, 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 wartet mal kurz, ja, zum Glück haust du nicht nochmal drauf, dann machen wir es halt so, okay, haben wir euch jetzt alle, ich habe halt noch keine Pfeile, zerbrochenes gerades Schwert, von hier bin ich nicht gekommen, schauen wir mal, wo es hier lang geht, ah ja, da komme ich hoch zu dem, gehen wir mal den eben, wo kommst du denn her, da kommt der einfach von oben, ähm, ja, 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 oh, du bist, du bist was anderes, du bist stärker, so siehst du jedenfalls aus, okay, ähm, B gedrückt halten und linken Stick, jawohl, danke, Kurzschwert, Seele eines verlorenen Untoten, läuft, willkommen zurück, Ken, grüß dich, was gibt es denn für einen Joghurt, okay, jetzt muss ich mal ganz kurz nach der Ausrüstung gucken, das kann weg, der kann weg und jetzt haben wir hier so tolle, ja, guck mal, ein Kurzschwert, kann man, glaube ich, machen, ne, ja, kann man auf jeden Fall machen, so, haben wir hier jetzt einen Boss, ne, kein Boss, aber solche Boys, oh, zwei von denen, wartet mal kurz, wartet mal, drei, okay, Bolzen, gut, ne Armbrust haben wir auch nicht, hallo, ich kann nicht richtig um die Ecke gucken, deswegen, hallo, naja, da ist einer, Lebensstein, jup, nehm ich, oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, nicht, 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 ah, verdammte Axt, gegen die Wand gehauen hier, Wurfmesser, okay, Lebensstein, kann ich hier irgendwie hoch, ne, oh, jawohl, von hinten durch den Kopf ins Auge, du Ratte, hier sitzt bestimmt einer irgendwie oben drüber, oder? Ja, guck mal, ich hab's gewusst, ja, 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 so, wie machen wir das jetzt hier? Oh oh Nicht so cool Da ist ja noch irgendwo einer mit einem Bogen Kannst du mal aufhören? Der hat Loot Aha, irgendwelche Soldaten-Gamaschen Der mit dem Bogen nervt Charmin, grüßt sich Wand hauen Neben Gravitation und Kamera Einer der Top 3 Feinde im Dark Souls 2 Ähm, oh Gravitation habe ich schon Bekanntschaft mitgemacht Ja Wand hauen jetzt auch Oh, der macht Schaden, wenn der trifft Zauberruhne Okay Schön, dass ihr alle da seid Da ist noch ein Loot Ich komme nicht zu dem Typen mit der Oder? Ah, warte, da ist ein Tor Mal gucken, kann ich das hier aufmachen? Oh Ja, anscheinend Oh Ein neues Leuchtfeuerlein Leuchtfeuerli Und Jemand Der da sitzt Kann immer noch nicht Leveln Warum nicht? Hm Ist nur eine rhetorische Frage Nicht antworten Kauft etwas Irgendwas Oh Komm, jetzt helf eine alte Frau Und kauft etwas Oh, mit der Lache Da solltest du aber nochmal an deinen Marketingstrategien arbeiten Gute Dame Was hast du denn so für mich? Eine Axt Die macht viel Damage Die Anti-Backseat-Gaming-Pinguine bereit Haha, okay Stulpen Achso, das ist so eine Faustwaffe Ja Rüstung Ähm Was hast du hier sonst? So Zauberrunen Oh, ein Schlüssel Lenigrast Schlüssel öffnet Schmiedlingesladen Ah Ja, den kaufe ich doch Da ich sowieso noch nicht weiß, wie ich leveln kann Nehme ich den mit Wo komme ich Hier Hin Bist du Du bist nicht tot, aber du sitzt da, als wärst du ein Gegner Seele eines verlorenen Untoten Oh, wo kommt ihr denn her? Ihr seid aufgestanden Ihr Schweine Oh, 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 oh Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut Nein, nicht runterschmeißen Oh, warte mal kurz Er ist echt aufgestanden von da hinten, ne? Die Schweinebacke Ah, gut. Ich habe nur DS2 Original und bis hierher habe ich 2-3 Stunden gebraucht. Das ist deutlich härter bis hierher. Meine Buck. Ja, natürlich. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz die Aussage? War hier noch was? Konnte ich hier gerade... Achso, hochklettern. Öffnet sich... Naja, okay. Verschlossen. Achso, die Original-Version ist wesentlich härter als die... Version, die ich gekauft habe. Hier unten war doch... Habe ich doch vorhin eine Echse gesehen, oder nicht? Bin ich blöd? Ich dachte, ich hätte ja irgendwie eine Flammen-Echse gesehen, aber... Doch, doch, da. Ist sie ja. Hm, ob ich der wohl auf den Kopf springen kann von dort und dann eine draufgeben? Moment. Geht's da drüben? Ne, da ist verschlossen. Hier komme ich nicht durch. Äh, ich bin minimal verwirrt. Hier geht's nicht weiter für mich. Ist das korrekt? Ja, scheint so. Hm. Gehe ich jetzt erstmal zurück zum Schmied und öffne mal dem seine Tür Wait Moment Hier war ich noch nicht Verschlossen Oder? Ich bin von oben gekommen, ne? Hier war eine Leiter Irgendwo, oder? Hä, bin ich jetzt doof? Ah ja, von da oben bin ich gekommen Ah ja, guck mal, guck mal Weniger Phantome Ne, da sehe ich überhaupt kein Backseat Gaming Alles easy, Ken Ähm, jetzt steht da einer auf Hinter mir Ah ja, hier sind wir jetzt auf dem Dach Das sieht so aus, als könnte man das irgendwann wegsprengen Oh, hi Grüß dich So, und du bist der Tauros-Dämon für Arme, oder was? Oder der Tauros für Arme? Siehst ein bisschen so aus Ah ne, du bist Ninja Turtle Jetzt hat Ja, mach mal das ganze Zeug weg, damit das mir nicht im Weg ist Was? Ja, geil Super Nein Was zum Oh Gott, hab ich bin nicht lange gestagert hier gerade Nein, ach, ich stand wieder hinter ihm Geil Geil Ah Alte Eisentrachtstulpen Okay, ich könnte mal gucken Was ich jetzt hier an Zeug bekommen hab Ah ja, okay Oh, was Was bedeutet das hier? Kann ich nicht ausmachen Kann ich das irgendwie hier erkennen Vielleicht Da VS-Schlag VS Für was steht Verteidigung SVS-Schlag Für was steht VS Ah, Moment Ich kann hier auf Hilfe klicken Okay, Moment Hilfe Und dann Das Symbol suchen Ne, da ist es nicht Inventar Ausrüstung Zack Hilfe So Jetzt Körperliche Abwehr Schlag Abwehr gegen körperliche Schlagangriffe Basisabwehr gegen körperliche Angriffe Hiep Abwehr gegen körperliche Hiep Angriffe Okay Abwehr gegen körperliche Stoßangriffe Ach du meine Güte Balance Angriffen stand zu halten Geringer Wert verringert das Gleichgewicht Ah Das ist dieses Taumeln, was bei mir passiert Verstehe Also ich will auf jeden Fall ein bisschen mehr Balance haben Ganz klar Ich möchte auf jeden Fall Balance haben Guck mal hier Die geben Die geben gut was dazu Und viel Balance Allerdings werde ich dadurch schwer Mal gucken Ah Sieht immer noch gut aus Sepp Grüß dich Schön, dass ihr alle da seid Moment Der ist da runtergefallen und nicht gestorben Und wer schie Da hinten Der schießt jetzt mit Pfeilen auf mich Ah, da oben ist noch einer Ähm Das ist uncool Ihr seid beide uncool Das hier ist Das hier ist insgesamt ziemlich uncool gerade Leute Könnt ihr kurz bitte Äh Nach vorne laufen Ist in Dark Souls immer eine Echt beschissene Idee Deswegen kämpfen wir die jetzt Die hier Kommen die runter? Wollt ihr gar nicht runterkommen? Okay Ja, easy Nehm ich Grüne Blüte Der Ken Ah Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ihr Schweine Nehm Ne, ne, ne Das war ne dumme Idee Das war ne dumme Nein Ah Ich hab's mir fast gedacht Ich wollte einen Schlag durchdrücken Und Gegen vier von denen Äh Shit Äh Genau Hier ist die gute Dame Dann war ich runtergegangen Nicht rauf Oder? Ja Ich war Glaube ich runtergegangen Ja So Diesmal lass ich mich nicht von dir trollen Scheiße Ich hab nur noch einen Lebensstein Oh Mann Die muss ich doch auch parieren können, oder? Ja Muss ich dann warten, bis er am Boden liegt? Oder warum konnte ich jetzt wieder nicht Äh Verkauft die da oben Lebenssteine? Ne, ne Ich glaube nicht Boah Das ist aber Einen Flakon Einen Flakon Doch sie verkauft Lebenssteine 300 Seelen Kriege ich dann gleich 10 Stück Oder hat sie maximal 10? Na gut Ähm Gleich hier ums Eck rum Dann hier rauf Hauptsächlich will ich jetzt gerade meine Seelen zurück Das heißt, ich versuche hier einfach mal Durchzuflitzen Weil die mich da vorhin ja nicht verfolgt haben Beim Runterklettern der Leiter Zack Prüfen wir das nochmal Ob die mich nicht verfolgen Ja, tun sie nicht Das ist Cool, okay Den gleich schnetzeln Dann haben wir einen weniger Mh, shit Uncool Wand, 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 Wand Oh, der füllt auch nur langsam auf Das ist nicht cool Ah Mh, gut Der Flakon hat rein gar nichts gebracht Shit Ach, ärgerlich Perlworld Perlworld ist im Game Pass enthalten Falls ihr den habt, oder Bestes Spiele-Abo Ah, die Frage Das sind dann tatsächlich nur zwei von diesen Dingern Hm Wir flitzen wieder durch Ja, okay Okay, wenn der die Spielausgaben verdoppeln würde Dann ist das natürlich nix Nee, was zum Hör auf mich so oft zu prügeln Oh, fuck Jetzt sind die Seelen weg Oh, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr beeilen Dann ist das nix, ja Ich spiele immer wieder ein paar Spielchen davon Das coole ist, dass der auch super auf Ähm Tja Ja, ja, ist ja gut Ich gucke mal hier nach oben Jetzt, wo ich nicht mehr Da unten lang muss Schauen wir mal nach oben Ich habe noch nicht mal einen Auftrag von irgendwen bekommen Doch, den Schlüssel Dem einen Kollegen geben Verschlossen Ja Und ich kann ja instant teleporten Warte mal Ich kann doch hier direkt reisen, ne War doch Äh, und zwar nach Majula Ja, da will ich hin Äh, genau Genau, der Game Pass Die Sch- Aha Wir haben einen Auftrag Leute, wir haben einen Auftrag Genau, mach dich an die Arbeit Let me set up Come again later Okay Gut Die Tür für den Schmied geöffnet Und einen Auftrag bekommen Endlich weiß ich, dass ich nach irgendwelchen namenlosen Boys suchen muss Die die Wegweise nach irgendwas sind Wieder sehr kryptisch Genauso wie es in Dark Souls 1 war Ich habe keine Ahnung, was genau passiert Aber Bisher muss ich sagen Steuerungstechnisch und so Funktioniert das super Also ich finde es Ich finde es Auch gut Ich finde es bisher gut Die Kamera ist ein bisschen Ja, leicht Gewöhnungsbedürftig Aber Das passt schon Danke fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal Tschüss